Was du schon mal von den 36 Gerechten gehört? 36 Gerechte, die mit ihrer bloßen Existenz das Universum verteidigen. Theo Morio? Wer sind sie? Ich kenne sie nicht. Die kennen dich. Die wissen, wo sie dich finden. Die machen vor nichts halt. Das, das ist dein... Drei Leichen, ein höchst seltsames Messer, eine Pistole mit Schalldämpfer. Ich muss wissen, warum sie mich umbringen wollen. Wo willst du anfangen? Seit sie wieder aufgetaucht sind, ist einer der drei am selben Tag geboren und bereits ermordet worden. Jetzt ist nur noch einer für mich. Stehenbleiben! Wieso sind sie eigentlich hinter dem Burschenheller?